Alpha sein, Dominant sein, Männlichkeit ausstrahlen, Weiblichkeit ausstrahlen. Es gibt viel, was man machen kann, wenn man erfolgreich sein will. Doch was macht eigentlich ein Leader oder Anführer aus? Kennt ihr diesen Typen aus dem Freundeskreis, der oft Verbindungen zu anderen Freundeskreisen herstellt, über alles Informierte ist, was gerade so passiert und zu dem alle kommen, wenn es etwas zu erzählen gibt. Oft extrovertiert und ein sehr beliebter Typ in der Schule oder im Job. Nun, er kann Führereigenschaften haben, sind es aber andere, die den Anführer ausmachen. Gleich mehr dazu, kurz was in eigener Sache, lasst mir doch eben mal ein Abo da und wen es interessiert, ich werde in Zukunft einen Patreon-Kanal in der Beschreibung verlinken. Dort kann man mich unterstützen, ich werde jedoch keine Videos später veröffentlichen oder sonstige Specials einbauen. Wenn ihr das machen wollt, ist das komplett freiwillig. Ich werde eure Namen einblenden, falls ihr das wollt. Ansonsten wird es keine andere Änderung geben. Wenn euch die Arbeit gefällt, unterstützt mich, ansonsten lasst es sein. Der Content bleibt für euch ganz normal zugänglich. Nun aber weiter mit den Leader-Eigenschaften. Haken wir einige wichtige Punkte ab und bleibt dran, denn zum Schluss kommt der Wichtigste. Denn so einfach ist es gar nicht. Es gibt viele Kulturen auf der Welt. Jede Kultur hat ihre Idealbilder eines Alphatiers oder eines Leaders. Durch diese Flexibilität lässt sich kein statischer Anführer bestimmen. Zumindest bei uns Menschen nicht. Während die eine Kultur eher einen Macho bevorzugt, der sich mit aller Gewalt nimmt, was er will und sich für nichts entschuldigt, ist es in der anderen, die Zurückhaltung und das Bewusste über etwas stehen, über Aussagen. Manche Kulturen konzentrieren sich also eher auf körperliche Eigenschaften, andere auf geistige. Nun komprimieren wir das Ganze jedoch auf einige Universaleigenschaften, sonst wird das wieder ein viel zu langes Video. Was ein guter Leader mitbringen muss, ist selbstverständlich Liebe für Teamarbeit oder allgemein jemand, der gern unter Leuten ist. Nicht zum Selbstzweck, sondern aus purer Überzeugung. Macht ja Sinn, denn ohne Teamarbeit kein Team, ohne Gruppe kein Anführer. Außerdem ist es Kompetenz auf dem Gebiet, denn ohne die hat man keinen Mehrwert für die Gruppe, wobei das nicht immer zutreffen muss. Kompetenz, Pünktlichkeit, Eifer, das alles sind Eigenschaften, die man einem Leader gerne zuspricht. In Wahrheit benötigt es aber einen Punkt, der diese Fähigkeiten oft mitnimmt. Gruppen denken schlichter als ein Individuum. Daher muss der Leader seinem Team das Gefühl geben, dass falls etwas schief läuft, er die Sache in den Griff bekommt. Eine Schulter zum Anlehnen sein, die letzte Bastion, die nicht scheitern wird. Und ein Anführer muss seiner Gruppe nicht unbedingt eine Kompetenz geben, sondern das Gefühl von Sicherheit. Gruppen funktionieren sehr emotional. Daher ist der nächste Punkt das Ziel. Etwas, wofür der Teamleiter brennt. Der Grund, warum man sich diesem überhaupt angeschlossen hat, ist, weil man dieses Ziel selbst vertritt und selbst verwirklichen will. So versammeln sich mehr und mehr Menschen, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Leute, ich rede nicht davon, die Welt zu retten. Das Ziel kann die plumpsten Dinge umfassen. Und sei es, dass einer dafür brennt, trinken zu gehen. Was ein Anführer noch ausmacht, ist seine Empathie. Denn wie gesagt, eine Gruppe braucht Emotionen, doch auch das Individuum will sich akzeptiert fühlen. So ist der Leader auch für die Einzelperson da und gibt ihr das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Er gibt ihr das Gefühl, dass ihre Probleme gehört werden. Er selbst ist nicht perfekt, sondern steht zu seinen Fehlern. Daher hat er Zugang zu dir. Ansonsten ist er ein Mensch mit Prinzipien. Diese vertritt er selbst dann, wenn er bewusst einen Nachteil daraus zieht. Er ist zugänglich, doch hat seine Grenzen. Das bedeutet, er steht zu seiner Meinung und wenn ihr etwas nicht passt, sagt er es. Nun, es wird nicht an jeder Kleinigkeit rumgemosert, sondern dann motiviert, wenn etwas nicht gut läuft. Werden jedoch die Prinzipien verletzt, greift er ein. Nun, wahrscheinlich hast du einige Punkte davon schon in anderer Form gehört. Kommen wir aber jetzt zu dem wichtigsten Punkt. Ein Punkt, der alle genannten einschließt. Sicherheit, eine Passion, Empathie. Was am stärksten gebraucht wird, ist jemand, der Entscheidungen trifft. Menschen lieben es, sich abzuseilen, die Verantwortung zu verschieben. Man könnte schließlich falsch liegen und man wäre schuld an der Fehlentscheidung und müsste sich vor versammelter Mannschaft rechtfertigen. Kennt ihr das? Es passiert ein Fehler und plötzlich war keiner daran beteiligt. Das fand eine Studie aus dem Science Magazine am 3. August diesen Jahres heraus. Diese wurde an der Züricher Universität durchgeführt. 40 Testpersonen wurden gebeten, Entscheidungen zu treffen, bei denen es darum ging, Geld zu gewinnen oder zu verlieren. Anfangs ging es um das eigene Geld. Später kam die Entscheidung über das Geld der gesamten Gruppe dazu. Eindeutig war, dass so gut wie jeder eine Entscheidung traf, wenn man sich extrem sicher war, Geld zu gewinnen. Zum Beispiel kaufe eins von zehn Losen für einen Euro und eine Niete gewinnt zwei Euro. Ein sicherer Gewinn. Ging es jedoch um unsichere Entscheidungen, nahmen sehr viele das Angebot an, diese Aufgabe für sich entscheiden zu lassen. Während ein Großteil also andere entscheiden ließ, gab es Menschen, die eine Entscheidung trafen und die Gruppe früh mit einbezogen oder andere, welche die Gruppe erst spät einbezogen. Nichtsdestotrotz, entschieden hat am Ende nur ein Anführer. Noch immer wird eher eine extrovertierte Persönlichkeit als Anführer akzeptiert. Was meint ihr? Ist es wirklich nötig, extrovertiert zu sein? Oder kann ein Introvertierter genauso gute Entscheidungen treffen? Oder benötigt es ein Hybrid? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns nächste Woche und Leute lasst es euch gut gehen. Bis dann.